Jeff Saibene will den 1. FCK-Sieg. Aber zunächst ist Ingolstadt im Angriff. Marcel Gauss, der Ex-Lauterer, auf Thomas Keller. 8. Minute, 1-0, Ingolstadt. Der Treffer zählt nicht. Der Schiedsrichter wertet Kellers Einsatz gegen Torwart Avdo Spahic als Foulspiel. Aber da hat der FCK Glück gehabt. Aus meiner Sicht verhält sich Keller regelkonform. Spahic kommt zu spät. 2 Minuten später. Langer Ball von Kevin Kraus auf Marlon Ritter. Daniel Hanslik wurstelt sich durch. Und dann ist Marvin Porrier da. Na, endlich! Der neue Torjäger trifft zum 1. Mal im roten Trikot. Und dieses Tor, das ist eines der Marke. Besonders wertvoll ist das endlich der abgezockte Torjäger, den der FCK seit ewigen Zeiten sucht. Dieses 1-0 ist ein Argument dafür. Laut Herrn Ingolstadt, schon in der Anfangsphase ein starkes Spiel. 2 Mannschaften, die Fußball spielen wollen. Kevin Kraus, der Abwehrturm, ist da nah dran am 2-0. Kaiserslautern jetzt einen Tick besser im Spiel als Ingolstadt Adam Loschek. Der linke Verteidiger, Tobias Schröck, klärt. Dieses Spiel macht Spaß. Knapp 3000 Zuschauer, 7500 hätten es sein dürfen. Und die Leute sind von ihrer Mannschaft begeistert. Es scheint so, als habe der Verein die Schnelligkeit im Angriff erhöht. Kenny Prinz Redondo, der rasselt mit Torwart Fabian Buntic zusammen. Sieht schlimm aus, aber der Ingolstädter Keeper trifft eindeutig den Ball. Alles sauber. Aber es sind die Minuten des Kenny Prinz Redondo. 98 Zweitligaspieler hat er schon absolviert und will hier in Kaiserslautern den Karriereknick wieder richten. Die Schnelligkeit, die herausragende Fähigkeit des Deutsch-Spaniers. Eine halbe Stunde gespielt. Und dann schon wieder Redondo. Da versucht er es einmal und zweimal. Da hätte er mehr draus machen müssen. Vielleicht beim zweiten Versuch auch besser abgespielt. Kaiserslautern macht mehr im Strafraum, müsste inzwischen sogar höher führen. Ingolstadt kann sich nicht vom Druck des FCK befreien. Erst Marcel Gauss schafft das mal im Ansatz. Der ehemalige Lauterer ist in Ingolstadt mittlerweile von der linken Außenbahn auf die 6 verpflanzt worden. Gilt da als wichtigster Spieler des Teams. Und seine Mannschaft versucht in den letzten Minuten vor der Pause das Ergebnis zu korrigieren. Kutschke, der Kapitän, scheitert aber an Avto Speich. Dann ist Halbzeit. Dank Marvin Poirier führt der 1. FC Kaiserslautern mit 1 zu 0. Und das ist mittlerweile verdient. Nach der Pause Ingolstadt Präsenter. Angetrieben von Marcel Gauss. Und der verlangt Avto Speich alles ab. Gauss, dem tut der Positionswechsel sichtlich gut. Ein intensives Spiel, viele Zweikämpfe. Daniel Hanslik mit der ersten Möglichkeit für den FCK in Halbzeit 2. Aber der FC Ingolstadt steht hinten noch sicher. Nächste FCK Chance. Und wieder trifft Marvin Poirier. Aber dieser Treffer zählt auch nicht. Und das zu Recht. Denn der FCK-Mittelstürmer steht im Abseits. Ingolstadt bleibt aber gefährlich. Stendera, versucht es mal. In diesem Spiel kann jederzeit etwas passieren. Auf der Gegenseite dann Lautern mit dieser Ecke von Redondo. Der FCK scheint bei Standards stärker geworden zu sein. Kapitän Carlos Sickinger setzt nach. Dann Kevin Kraus. Klasse Parade von Keeper Buntic, der eine tolle Leistung abliefert. Ingolstadt im Spiel hält. Kraus macht da eigentlich alles richtig. Scheitert aber am besten gegnerischen Akteur. Es geht rauf und runter. Carniccia Elva. Sein Schuss zu unplatziert. Und dann verliert der Mann aus Santa Lucia die Nerven. Rote Karte. Er leistet sich gleich zwei Tätlichkeiten hintereinander. Und da gibt's keine zwei Meinungen. Platzverweis. Ingolstadt ist gerade drauf und dran, sich wieder besser in dieses Spiel hineinzukämpfen. Und dann diese Disziplinlosigkeiten. Ecke. Natürlich von Marcel Gauss. Und wieder langt Avtus Bahic daneben. Glück für den FCK. Dominik Schad klärt da in allergrößter Not. Komplimente an Ingolstadt. Auch zu Zehnt liefern sie hier eine prima Leistung ab. Und belohnen sich dann dafür. Kutschke leitet weiter auf Philipp Bilbia. Und er bezwingt Spahic. 1 zu 1, 76. Minute. Das erste Drittligator des Angreifers. Starke Reaktion der Ingolstädter auf den Platzverweis. Sie lassen sich in keiner Sekunde die personelle Unterzahl anmerken. Saibene reagiert. Bringt mit Simons Kalatidis einen weiteren Offensivspieler. Und der legt klasse auf. Aber dieser Teufelskerl im Ingolstädter Tor ist wieder einen Tick schneller. Doch wieder nur ein Unentschieden für Lautern. Es wäre das vierte in Folge. Noch immer haben sie kein Spiel gewonnen. Und kurz darauf wird Dominik Schad schwer verletzt. Breisinger fällt in ihn rein. Kein Foul, sondern ein Unfall. Die Mitspieler, die hinschauen, reagieren, entsetzt. Schad wird unglücklich getroffen. Und er leidet eine schwere Beinverletzung. Er wird minutenlang auf dem Platz ärztlich versorgt und dann ins Krankenhaus transportiert. Ein bitterer Moment, da wird der Spielstand fast zur Nebensache. Aber Marvin Poirier, der hat das Siegergen, setzt sich in der achten Minute der Nachspielzeit clever durch und trifft. Aber der Schiedsrichter wertet den Einsatz des FCK-Stürmers. Als Foulspiel auch diese Entscheidung zweifelhaft. Kaiserslautern verpasst erneut einen eigentlich verdienten Sieg, trennt sich 1 zu 1 von Ingolstadt und bleibt auch nach sechs Spielen in der dritten Liga sieglos. Sieg los.